Der universelle Gleithammer hier hat eine Länge von 940 mm und ein Schlaggewicht von 9 Kilo maximal. Somit ist er universell einsetzbar im PKW, Transporter und LKW Bereich. Das Schlaggewicht besteht aus zwei Teilen. Ich habe einmal den Handgriff selbst mit einem Gewicht von 6 Kilo und das vorne aufgeschraubte Zusatzgewicht mit 3 Kilo. Die Gesamteinheit erreicht ein maximales Schlaggewicht von ca. 11 Tonnen. Das Aufnahmegewinde ist M20 x 1,5 und die Kontermutter ist bereits im Lieferumfang enthalten.